Kate möchte gerne einen Elektroscooter ausprobieren. Yeah, was würde ich machen jetzt? Ein neuer Dienst hier in Berlin. Hattet ihr sie sofort angemeldet. Und, aufgeregt? Sehr aufgeregt. Und... Es gibt eine App anscheinend. Hier irgendwo soll ein Scooter sein. Ein Roller. Und den suchen wir gerade. Und weil es auch das allererste Mal ist, versuchen wir hier in einer relativ unbefahrenen Gegend zu starten. Oder zumindest Kate. Sie hat sich dafür angemeldet, nicht ich. Und dann fährt sie das erste Mal Roller. I'm going to lose my Scooter-Virginity. Und ihr all are going to witness it. Da! Okay. How exciting this is. I have an open box button. Which I'm going to click now. I have an open box button. Eine von Nemi ist kleiner. Oh Gott. Oh yeah. Oh yeah. Fancy, fancy. It's going to be fabulous. Fabulous. Haha. Ja, jetzt... Jetzt wird's auch los. Im da. Die grünen. Da. I have an open box. Phil. Do. Im. G Putain. I have a new box. Und ich auguste mal die Flasche. Jetzt ist mein Liebling. Und ich muss die Flasche klar. das ist hier für links und rechts aber der ist noch nicht an oder man hört ja gar nichts okay genau und so fährst du dann los ich werde mich zu machen ich werde ein 30er jetzt okay Ich bin so happy, happy Ich würde auf keinen Fall auf die Terrassen fahren, auf dem Verkehr Echt nicht? Willst du nicht im Straßenverkehr fahren? Nein Sondern, wo willst du sonst mit dem Ding fahren? Hier ein bisschen Prost Na dann, kannst du ja noch ein bisschen üben Slowest scooter ever Baby, come back Copyright Untertitel und Na wie ist es? Super, super Spaß. Ja? Jetzt musst du rausfinden, wie man unten die Ständer wieder rauskriegt. I did it, yeah! I did it, I survived! Your immune is now locked, yes! Does that look good? Scooter fahren, check! Check!